Rund 16.000 Laufbegeisterte gingen am Sonntag beim 29. Hamburg Marathon an den Start. 800.000 Zuschauer feuerten die Laufenden auf der rund 42 Kilometer langen Strecke an. Mit einer Zeit von 2 Stunden, 6 Minuten und 43 Sekunden war der Äthiopier Schumi de Chaza der schnellste Läufer. Der Hamburg Marathon ist der siebtgrößte Europas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017